Servus, Hi, ich bin der Bolle. Hi, ich bin Max. Hallo, ich bin Katrin und wir sind die Vorstände des Ausstellungs-Nöttings. Wir planen die Semestertermine, organisieren Großveranstaltungen und bringen innovative Ideen in unseren Verein ein. Zusammen mit unseren Assistenten planen wir Networking-Events und betreten den Verein innerhalb und außerhalb der Hochschule. Weitere Aufgaben von uns als Vorständen ist die Koalition der Teams, die strategische Ausrichtung und die Führung des Mitgliedern hier. Unsere Ansprechpartner hierbei ist das Rektorat der Hochschule, die Hochschulkommunikation der Hochschule und die Führung des Mitgliedern hier. Als Vorstände sind wir an vorderster Front und freuen uns, neue Mitglieder berücksichtigen zu können.